So und willkommen zu Dark Encounter. Endlich mal wieder ein Doom for Doom. Let's play. So das heißt erstmal hier noch ein bisschen umstellen. Also das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt kommt das hier Dark Encounter. Nein, was macht denn hier? Da wird ich hin. Nein, da wird ich hin. Dark Encounter, ja. Und da läuft auch schon mal ein Lüfter auf. Und auch nicht mehr. Interessant. Nein. Nein, auch nicht mehr. Without was. Wird aus deiner Mutter. Okay. Wow. Das ist doch was. Hä? Ab und da rum. Down. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, blöde Spunnel, mal weg hier. Hä? So, blöde Spunnel! Ah! Soooo Was? Hat er bestanden? da kommst du jetzt schon wieder alter ich hab dich doch umgebracht da bin ich jetzt hier halten stoppen nein danke wo ist die kackspinne wo ist die kackspinne ich hab dich gehört jawoll äh alle drei karten hier aha einfach von durch hier wo 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 Ähm, ja. Noch was jetzt? Haben wir eigentlich schon gut aufgeräumt, ne? Hat immer noch mein Mann schädlich genug? Komm her! Gut, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wow! So! So, zuallererst, wo waren die Karten? Hier waren, da hinten waren die Karten, genau. Okay, gibt's dann... Achso, die Blaue haben wir bereits aufgesammelt, schon. Nice, nice. Warum liegen hier gleich alle drei Karten an einem Ort? Was bringt denn das? Oh! Hier wird eine Verspende. Genau. So, okay, also jetzt haben wir alle Karten. Heißt also, hier sind alle Farben. Das war ja auch der Weg, die mitgegangen sind, ne? Ja, genau. Okay. Hä? Achso, wir müssen... Oh Gott. Ach nö. Wir müssen Türen suchen und die Dinger da ausschalten. Ist ja... häftig. Heftig hässlich, würde ich mal sagen. Das heißt also im Klartext... ... so machen wir Schalter. Wow. Und woran erkenne ich die? Oh, genau. Ah! Hier sind vorher ein paar Secrets. Was ist da? Wird da. Oh mein Gott! Gegner! Auf du Scheiße! Ich muss hier weg! Oh, es sind viele Gegner! Oh, Alter! Ich komme nicht mehr rauf! Was ist das für eine Scheiße hier? Danke! Na komm, mach her! Ha! Ich habe das an alles. Cool. Jetzt können wir da nochmal rein gehen. In der Hoffnung, dass wir nicht schon wieder gehen. Mal kommen. Wow! Ach man, hier wurde jetzt schon wieder... Ah, danke! Oh, Alter! Leck mir jetzt aber! Jetzt ist es überhaupt gut für eine! Bam! Da oben ist Rüstung! Jetzt weiß ich schon mal, wo wir Rüstung herbekommen. So was ist hier? Gar nichts! Dann gehen wir auch noch hin. Erstmal suchen wir das andere Secrets. Wo man das da hin darf. Äh, okay! Ach se. Ich bin jetzt hier nochmal rein. Warum kommt bei jedem Secret Monster? Mist! Warum kommt bei jedem Secret Monster? Warte! Bam! Bam! Leck Victor! Warte! Wow! Gut, die Frage ist nur, wo er weiß, was bringt das jetzt? Einerseits gucken wir, ob wir hin müssen. So, wir brauchen noch eine Tür. Da hinten ist was gelbes. Wow! Yellow Boom deactivated, okay. Oh, hier geht's noch weiter. Okay! Da sind Gegner, dann gehen wir da mal hier mit hin. Wir schaffen, das bringt was. Ich mache schon mal das Frauen, ja? Das ist für den Fall, dass das nichts bringt. Wir sollten auch mal überdenken können. Oh Gott! Wie geht denn hier weiter? Oh Gott, Alter! Wahnsinn! Oh Gott! Einfach ohne Schreie folgen. Gott, Alter, wie wollen wir denn jetzt hier? Habt ihr Langeweile? Ja, wo bin ich hier? Oh! Okay, hier gibt's den Preis. Ah! Geht's noch welche? Ja, da ist noch weiter. Meine Kraft ist zu Ende! Na, komm mal! Ah! Rote Tür! Ah! Oh nein! Stopp! Da gab's nen Trick! Ein Kettel! Immer schön ein Kettel, Leute! Komm! Jawoll! Tja! Jetzt haben wir noch weiter. Ja! Oh! Da ist auch noch einer! Noch irgendeiner! Äh... Gott, wie sind denn... Noll, alter, wie verwinkelt das hier ist! Äh... Wo bin ich jetzt? 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 Wo ist jetzt die rote Tür? Warum? Wie sieht du meine rote Tür? Da oben ist sie rote. Ja, da ist sie rote Tür. Gott, alter! Was ist das hier? Was ist das jetzt? Ach, hier sind wir mit den Spinnen. Nice. Okay. Jetzt haben wir... Haben wir jetzt alle runter? Ich guck mal nach. Alter, jetzt rechte ich nach. Wir fahren mal auf da. Auf da. Oh, okay. Das hat jetzt nichts gebracht. Na, komm, ich muss da. Ähm... Yay, alle hoffen. Geil. Gut, okay. Dann... Wow. Mittel. So, später nochmal hier. Und guck mal, was ich erwartet. Wow. So, weiter. So, fahren. Wow. Ach, Mann, Alter. So schützt er Rüstung. Und die Rüstung ist komplett weg. Zum Glück wissen wir, wer jetzt wo Rüstung ist. So, gucken wir, ob sie noch ist. Oh. Okay. Oh, Mann. Ganz schön aggressiv sind die Pippen. So. Da sind Pinkies. What the fuck? Ach du Scheiße, was? Ach, nö. Halt auf jetzt. Äh. Was ist hier? Wow. Gut, hier ist eine Tür, die zugeht. Jetzt haben wir auf den Schalter, dann haben wir wieder aufbekommen. Vielleicht hier was. Ach, nö. Ja. Lol. Es geht genau zur richtigen Zeit. Ja. Ja. Ja! 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 Trotzdem, wo komm ich jetzt irgendwie da raus? Oh, da muss ich mich schon wieder neu treffen. Jetzt hab ich jetzt noch aufrollen. Ähm, so. Alle Gegner sind ja weg. Kannst mich also ein Stückchen nehmen. Ah, hier ist es knapp. Ah! Yay! Gut, jetzt noch mal gucken, wo die Rüstung war. Dann müssen wir dieses eine Secret da rein. Ähm, nein. Hier ist wirklich noch falsch rum. Da! Da! Oh! Was ist das jetzt? Oder mal eine legendäre Waffe? Hä? Legendäre Dämlich vielleicht? So, okay. Wo war jetzt das... ...sequel? Oder war das da jetzt drinnen? Irgendwie wo? Ähm... Ne, ne? Ah, doch! Ach, da! Gut, dann gibt's hier soweit erstmal nicht. Oder? Nö. Okay. Munition ist auch alles voll? Ja. Doch, ist alles voll. Gut. Gut. Dann... Wenn du mir so... Bin die zieht, gerade. Wetter. Scheiße. Hattsね. Hatten wir jetzt alles... Y-Bits? Mal gucken. Ja, hatten wir. Okay. So... Okay, okay. Oioiooi. Orioioi. Alles mal reingstrecken. Blunph! O Mann ey... So. Schau mit Frau.